Aber das bringt mir dann eigentlich auch gar nichts, weil was nützen mir drei verschiedene Nahkampfeinheiten, die dann im Prinzip auch nicht mehr können, das andere. So, was haben wir hier noch? Darauf kommen wir noch einen Spion. Gerade nicht genug dafür. Das können wir eigentlich so lange machen, hier gibt es ja nichts mehr vor. Die Einheiten, da könnte man doch dann schon mal loslegen hier. Mit was will er denn loslegen? Na, Einheiten, da will er wirklich, da traut er es sich wirklich, die Hand gegen den Gegner erheben zu wollen. Aber das ist natürlich mutiger zu werden. Hm, die Adlerkrieger. Da könnte ich vielleicht durchsprochen werden. So, Elitekämpfer. Kann man die noch? Hm, Mistemord an der Mann. So, hier unten wird niemals jemand wieder raus, geschweige denn reinkommen. So, haben wir jetzt hier alles entwickelt. Hier haben wir alles fertig. Hier ist auch alles. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wie viele Arbeitsfalle habe ich denn eigentlich? Das werden wir nicht brauchen. Bauern sind vielleicht ein bisschen viele. So, dann können wir jetzt... Hier unten steht ja erst mal die Verteidigung, wie ich das so sehe. Jo, Verteidigung. Das ist ja eigentlich doch zu sein. 75 plus 1. Kannst du dann... in den Tribun... in die Tribun... Ferdistuhl 86 но jetzt hast du denn natürlich noch drei Millionen Mauerling gebaut und kommst doch selber nicht mehr raus. Klasse Ziel. Ich würde fast sagen, das ist jetzt doof. Mach da einfach unten die zwei einzelnen weg und schick schnell rein in den Post. Leicht kann. Das kann dauern. Wie trefft die eben bloß jeden Fall, dass die das Ding mal kaputt haben, da ist ja die Mauer, äh, die Burg eher weg. Ja, ich glaube auch. Und wenn die doof wohnen, dass die jetzt etwas beeilen könnten, das wäre ja super. Na ja, jetzt könnte es. Doch, das wird auf jeden Fall, weil ich mehr heil, als was, ähm, die Tribute stört. So, wo können wir denn jetzt, was haben wir denn noch, bauen, Bergarbeiter, Bergarbeiter bauen, bloß so drei, zwei. So, was ist hier, muss hier auf den Feld haben oder noch? So, dann machen wir hier mal auf den Post drei. Was haben wir denn dann noch? Holzver... Bauern? Ach, da hier oben sind wir oben. Und gleich ist es geschafft und da ist es tatsächlich geschafft. Was? Ja. Kaputt? Willste, kaputt. So. Oh, ach das. Ach, das ist deine Tribute. Ja, er sollte funktionieren. Wie können wir denn... Wir können ja theoretisch bloß... Wir gehen da durch? Ja, wir gehen, wir werden oben rumgehen, denke ich. Na toll. Muss ich ja alle Einheiten nochmal anders aufschicken. Da machen wir das mal so. Und, äh, so. So, da können die ja... Gommand sie? ...wennst du ja noch ein Tor heilen. Na, da... Blöd, nur, dass ich zu wenig Steine habe. Hast du, kannst du mir kurz... ...eben mal... Steine habe ich einmal, obwohl einmal geht. Einmal müsste... ...müsste gehen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Steine möchte er haben. Ach, das ist... Sehr gut. Achso, kannst du mit deiner Triburk schon mal die Burg anreißen? Mit welcher von den Vieren? Wie, vier? Das ist ja egal. Nimm alle. So, mit vier Triburken jetzt hier geht es auf die Burg. Wo ist denn... Wo ist denn... Ah, nein, fünf sogar. Hä? Äh, war ja nicht gerade vor uns noch... Eine zweite? Na, komm, also eine, zweite. Genau, los. Ah, und sogar auf die Burg... ...an die Burg auf der Gegenseite komme ich ran. Das ist natürlich sehr gut. Da kann man eigentlich keine Putten mehr. Wer hat eine Burg? Warum man keine Zürich bauen kann. Das ist eine gute Frage. Oh, oh. Oh, äh, Moment. Was geht denn jetzt hier los? Das war gerade... Ah. Ich habe gerade die Windestaster nicht... Hat man gemerkt. Eieieieiei. Ich habe einige Gegner hier oben, aber um die kann ich mich gerade nicht kümmern. Oh, ja, oben kommt auch was abgerollt, aber das ist kein Problem. Oh, das ist ein Problem. Das muss weggemacht werden. Das war ganz schnell, bevor es wieder losgeht. Und natürlich macht er nichts weg. Das ist nicht so wichtig. Mein Einheit ist nur tot. Kuh? Ich bin was? Ja, nur alle im Arsch. Kuh? Okay, jetzt rüste ich mich erstmal zum anderen. Komplett langsame Einheiten sind auch sehr ineffektiv. Kann man eigentlich dann... Nee, das geht nicht. Eigentlich. Mal schauen, wen kann man denn hier noch... ...bernen? Ich... ...euch auch. Geht's an? Ah, kreisig. Wie, was, wo, wo, meine eigenen Einheiten gehen dadurch kaputt? Äh, was ist das? Natürlich, König, aber musst du aufpassen, du hast ja von uns meine fast auch alle zerstört. Äh, also nö. Die sind nicht mehr zuge...